Hey Leute, ich bin Alfa und wir spielen heute wieder Lucky McBadwurst mit... Ende! Mit Nack, was geht Nacki? What's up, Moim? Nack, Nack, hallo, guck mal, wir haben hier heute Lucky McBadwurst, das ist meine Seite, das ist meine! Ja, wo bist du denn hier? Ich hab dich hier teleportiert. Hey, geh! Moment! Mach einen Schlag noch! Gib ich dir! Ich geb dir das, was du willst. Oh! Okay Leute, wir machen heute Lucky McBadwurst bisschen anders. Und zwar, guck mal hier in den Shop. Wir können uns heute Emeralds kaufen mit Cobblestone, falls wir keine beim Lucky McBadwurst kriegen. Und, großer Unterschied, in der Mitte ist der OP-Villager und hier sind wirklich die Noob Lucky McBadwurst. Ich sag die Freunde, der ist OP, aber der ist eigentlich voll Noob-Lock. Mit Nack, was geht's? Hallo! Ich seh dich nicht doch jetzt. Hey, was geht? Was geht? Ich seh dich. Ich werd dich gleich mit sie gehen. Ich hab schon sechs Cobblestone. Woher? Abgebaut? Ja. Leute, ey, das ist jetzt richtig komisch. Man kann einfach Emeralds fahren, so gesagt. Okay, probier ich auch mal. Einen Cobblestone, zwei Cobblestone, so. Alter, die Emeralds-Blocke sind ja richtig scheiße. Ey, ja, das stimmt. Wir haben zwei Emeralds geholt. Ja, guck mal, Alfa. Und jetzt kann ich in der Kippe geholt. Guck mal. Alter, das ist so ein krasses Update. Was? Was denn? Hey, Opfer, ich bin reich. Wie, du bist reich? Super, die Emeralds-Blocke? Ja. Ey! Wow, schon bringt die heute gar nichts mehr. Außer... Warte, hab ich einen Bogen? Nee. Äh, will ich dich kurz besiegen oder so? Oh, guck mal was. Ich hab auch Emerald-Blocke. Guck mal. Oh mein Gott, so ein Emerald-Blocke-Fängnis bekommen. What the fuck? Hehehe, den Fackel als Kopf. Hehehe, den hab ich auch mal. Echt lustig. So, hier, Emerald-Blocke nehme ich alle mit. Ehre, vier Stück. Wow, der bringt ja auf Village heute gar nichts mehr, dass man Emeralds kaufen kann. Oha, wir wissen ja auch nicht, was passiert. Alter, warum bist du schon so schlecht? Wann haben wir denn jemals gespielt? Ja, einmal. Ah, geht doch alles. Emeralds in die NR-Chess, falls du kommst und dir... Oh, Winter. Oha, der verkauft eine coole Sache, voll coole Items. Alter, meiner verkauft nur Schrott. Nein, du musst einfach nur Glück haben. Oha, B-Geschaffel. Hehehe, als ob man... Oh, ich hab ein Portal. Zum End. Nee, nächster, nächster, zum Nächster. So, der Link, schon wieder. Nächster. Nick, sollen wir ins Nächster heute gehen? Ins Nächster? Ja, ins Nächster. Sollen wir da reingehen? Ja, sag's noch mal für die Zuschauer. Hehehe. Ja, weil beim Nächster kann man Blaze-Words fahren. Hehehehe. Ja, können wir machen, gerne. Es heißt doch Nächster, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Zuschauer, schreib's in die Kommentare. Ja, noch Emerald-Block hier. Let's go. Hör damit. Wie geil, ich hab noch nie so viele Emeralds, aber ich kann nix damit machen. Doch, guck mal. Der Mitte ist doch der krasse Villager. Da können wir gleich einkaufen gehen, Bro. Alter, ich hab aus einem Block drei heißen Blöcke bekommen. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja, den kann man immer gebrochen, ne? Musst du halt so sehen. Musst du halt immer positiv sehen. Oh, noch Emeralds. Warte, was ist denn das hier? Ein riesen Emerald-Block. Den hatte ich ja auch nie bei dem Lucky Block hier. Probier mal den aus. Hab den aktiviert, aber da passiert irgendwie nix. Hä? Ich hab Eis. Da passiert nix. Man kann den doch normalerweise aktivieren. Aber da kommt nix. Einfach, hast du auch schon mal super Eis bekommen? Nein. Ja, das ist einfach nur normales Eis. Hehehe, wow. Regnet. Neues Wildscher drin. Ach, das ist der von eben? Egal, jetzt hab ich hier so ne Base. Oh, regnet. Ja, Regen ist aus. Bro, hab ich ausgedrückt. Komm, weiter. I ausgedrückt. Alty, was geht? Okay, weiter geht's. Neueu. Und jetzt wieder Emeralds. Ey, der Shop war heute wirklich komplett unnötig. Jetzt hab ich hier noch meine Glücksspinssacke. Und krieg aus einem Emerald-Block krieg ich richtig viel. Guck, Leute. Ich hab jetzt zwölf. Ich baue einen ab. Jetzt hab ich vierzehn. Ich hab einfach zwei Stück bekommen. Nochmal. Wieder plus eins. Okay. Plus drei. Ja, gleich. Kannst du in die Mitte gehen? Und hier sind noch mehr Emeralds. Ey, Leute. Einfach ausgesorgt heute. Ähm, hast du eigentlich Emeralds bekommen und so? Ja, aber ähm, also bei mir kommt hier nix cooles raus, so. Wirklich? Ha! Shit. Ähm, ah! Hä? Hallo? Wo bist du? Äh, nein! Alter, du kleiner Frechdachs. Nein! Hab ich gerade eins verloren. Das ist nicht wahr. Ja, ne, ist noch hier. Kannst du hier abholen. Äh, ja, kannst du ruhig in die Sache balken. Keine Sorge, ne? Ja, du wirst mir ein bisschen zu frech in letzter Zeit. Muss ich ehrlich gestehen. Nein. Du brauchst auch richtig rüber zu kommen, Bro. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ne, wie ist das? Wir können auch zur Mitte gehen. Da gibt es auch einen tollen Job, Bro. Ähm, ich bin auch nicht in der Mitte oder so heute, weil heute habe ich es mir... Oh, ich habe die Emeralds nicht genommen. Egal. Nehmen wir die hier. Und die viele kriegen wir hier raus. Und endlich viele. Was geht? Über einen Stick. Oh mein Gott. Ne, geh weg. Nein. Alles gut. Komm doch mal kurz hier gucken, was hier so abgeht, mein kleiner Kumpel. Oh mein Gott. Ist hier vor welche kaufen? Entschuldigung. Ich bin gleich da. Ne. Neen. Mega Opfer. Jetzt ist Feierabend. Lucky Block Femmes. Tabu. Du darfst das nicht. Deine letzte Stunde hat geschlagen. Einfach Popper. Du darfst das nicht. Du magst das nicht. Du liest das Buch. Nack. Ja, ich muss mal kurz hier wieder zurück. Ein bisschen Nachforschung anstellen. Einfach. Bro. Geh weg. Du denkst, glaube ich, ich bin doch immer wahr. Ich bin nicht... Oh. Bist du runtergefallen? Ja. Wirklich? Ja. Nee, ich auch. Hast du das gesehen? Nee, zum Glück nicht, du kleine Wurst. Oh, zum Glück, weil du hast gerade Lucky Möcke gekauft. Das wäre jetzt echt gefährlich für mich. Was? Was ist hier los? Wo? Ich habe ein Neza-Portal. Neza-Portal? Ja. Gut. Wiederhole mich. Neza. Es heißt Neza. Wiederhole mich. Neza Armani. Neza. Das ist nicht die Kunde von Simon Desu. Das ist ein Neza-Portal. Ja. Aber wir haben ein Neza-Portal. Nicht ein Neza-Portal. Ja. Aber was haben wir das, die hat ein Neza-Portal? Mit... Ente! Alter, ich hätte gerne ein Ente-Portal. Ich auch. Oh, Mann. So, ich habe jetzt ein Mixed Lucky Möcke geholt. Ich sage Steine, kriegen wir raus. Das ist richtig toll. Mann! Die sind ja alle Lacken ohne. Hab ich voll vergessen. Aber... Oh mein Gott, das war schon für dich. Ich glaube, ich kann jetzt echt gewinnen. Ja, glaube ich nämlich nicht. Aber... Warum? Ja, denk ruhig. Warum glaubst du sowas nicht? Digga, what the fuck? Mein Bro, warum glaubst du sowas nicht, hä? Warst du unsichtbar? Nicht nur das. Ähm, kannst du aufhören bei mir? Guck mal, mein Schwert. Guck mal. Wenn du mich jetzt einmal hier berührst. Wenn du mich jetzt einmal berührst. Dann weißt du das. Warte mal. Wenn du mich jetzt einmal berührst. Okay. Okay. Ja, gut. Oh, what's up? Die Wapun-Chesspade. Wapun? Warum weiß sie Wapun? Wapun. 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 Back los. Äh. Nein! Ich kann nicht fliegen. Ich kann nicht fliegen. Ich hab deine Chesspade genommen. Vielen Dank. Was geht? Ah nein, 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 nein. Ich muss mir kurz was ausleihen. Ähm, ich bin nicht in der Mitte, falls du fragst. Ne, nein. Dachte ich auch nicht. Überhaupt nicht. Na gut. Dann geh ich halt wieder. So ist es ja nichts gewesen. Okay, meine Chance. Leute, guckt euch, welche Glücke ich geholt habe. Alfa, siehst du das um mich rum auch? Nein, ich gucke auch nicht zu dir rüber, weil du hast eh einen Bogen. Nee, nee, habe ich nicht. Habe ich echt nicht. Ja, ja. So, oh, ich glaube, das war es. Oh mein Gott, soll ich dich schon benutzen? Nee, ich lasse dir noch ein bisschen Zeit. Ich könnte dich, glaube ich, schon besiegen. Aber weil ich ein netter Mensch bin, gebe ich dir noch ein bisschen Zeit. Ich bin einfach so nett. Nack. So, jetzt hast du ja fort, wenn du mich abwerfst. Ey. Alter, willst du dich verarschen? Ja. Hier ist alles kaputt. Du hast mir auch viel kaputt gemacht. Ich habe nur dreimal geschossen oder so, chill mal. Du hast mich besiegt. Das war schon genug, das Gute hin. Das, ähm, genau. Ja, genau. Oh, 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 noch mal den Drop. Okay, nice. Dann gibt es eine zweite Runde, Nick. Weißt du, vorhin eine zweite Runde. Ja, von. Du vorhin, erzähl mal. Ey, ich habe mich getroffen jetzt. Oh mein Gott, deine ganze Maze. Hey, bist du rübergekommen? Ich sehe dich nicht mehr. Nee, ich bin nicht rübergekommen. Ey, du kannst fliegen. Du kleine Sau. Nack, nicht mehr mit. Nack, bitte. Die macht mich one-hit. Ey, mein Michael ist vertauscht. Du wolltest, dass es so kommt. Mein Michael ist vertauscht. Ey, du vertaugst über Minecraft. Wenn ich nach unten gucke, gucke ich nach oben. Ich kann nicht mehr reden, Mann. Alles kaputt. Hallo. Äh, nein. Hey, Smeppi. Ich kann... Wir können was aushandeln. Was? Guck mich an. Ich gucke mich gleich an. Warte, ich drehe mich um. Ja? Du wolltest mich so haben. Wie wollte ich dich haben? Du kleine Sau, ich habe einen Jetpack drauf. Nein. So, du kriegst jetzt noch eine letzte Chance von mir. Ich mache mir alles gut. Ja, ich werde jetzt erst mal noch meine Base reparieren. Oh, okay, okay. Alles gut. Ich tue dir nie wieder was an. Wirklich. Hast du vielleicht noch ein bisschen Kommes zu einem Kumpel? Ja, ich habe alles hier drüben auf meiner Seite. Du kannst ja alles kriegen. Ja. Ich habe die beste Ware. Nichts als Ananas. Ich habe die besten Chicken Nuggets. Hm. Wo ist meine Lucky Böcke? Hast du die geklaut? Die musste ich leider im Gewahrsam nehmen. Du hast sie mir abgenommen. Warum? Ja, ich wurde darum gebeten von Angela. Okay, ähm. Ich habe 17 Comet Stones. Ich habe eine Müsli-Riegel. Okay, das freut mich beiderseits. Ich habe eine Kreismeisterschaftsmedaille. Ja, Alter. Ich mache echt nichts. Ja, zeig. No. Guck. Einfach alle Medaillen. Ja, gib mal. Wow, man kriegt gute Effekte. Darf ich die behalten? Ja, kriegst du eine Müsli-Riegel von mir noch, wenn du siehst. Hey, guck mal, ich kann fliegen. Hey, okay, na gut. Nein. Nein, 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 nein. Willst du das hier haben? Erst mal. Oha. Oha. Ähm, ich bin nicht mehr da, Nack. Okay. Ich habe heute ein bisschen zu tun, weißt du? Äh, bist du unsichtbar? Nein. Bist du an meinem Bett? Vielleicht. Ich muss mich halt bei dir rächen. Leute, ich verstehe selber nichts mehr. Mann, was ist hier los? Mann, mein Mann ist gerade vertauscht, hier so zu spielen. Das ist gerade die schwerste Schleunsch der Welt. Ähm, das heißt bestimmt, dass du nicht in der Nähe von mir bist, ne? Wenn dein Mann vertauscht ist. Äh, ich bin nicht in der Nähe. Ich habe nur gerade große Verhandlungen. Ja, mit wem? Mit einem Mann. Hätte ich den Mann privat vielleicht gut? Ja, du hast schon öfters mit ihm gehandelt. Der ist echt gut. Oh, ich bin so dumm, ne? Äh, nein, Spaß. Nein. Oh, du hast mich fast gesehen. Oh. Ich konnte auch schnell abhauen. Du willst doch nicht, dass deinem Kumpel was passiert, oder? Du rüstst mir gerade mit meinem Willen schaue, oder was? Naja, also ich sage mal so. Der ist hier ganz schön angreifbar oben, ne? Willst du es wirklich tun? Willst du wirklich verletzen? Ich will am Gucken. Guck mal hier. Ich gucke. Ja, dem geht es nicht gut gerade. Der hat gerade keine gute Zeit mit mir hier. Ja. Ich fahre immer noch ein bisschen näher. Du kannst ja nichts machen, ne? Du stehst halt momentan höher als ich da. Und da kann ich auch nichts gegen machen, egal wie mächtig du bist. Ach, Nick. Ich wünsche mir ein bisschen mehr Zeit zum Reden. Ich habe gerade das Gefühl, dass du ein Gift bekommst. Du kleine Sache. So, wo ist dein Bettchen? Nein. Oh, Fliegel ist so schwer. Mir ist mein Körper vertauscht. So, Nack. Siehst du mal dein Bett da vorne? Nein, nein, nein. Du kannst dich nicht mehr besiegen. Nein, 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 nein. Nein, du kleine Frechdachs. Nein. Nein, nein, nein. Wo ist der Villager? Hier ist der Villager. Geh weg. Du hast überlebt. Okay, muss haltst du leider leiden. Komm her. Oh nein, hast du es durch die Müsli-Regel bekommen? Oh nein. Oh nein. Lasst einen Like da, Leute. Wenn euch diese Folge gefallen hat, schaut bei Nick vorbei. Lasst ein Abo da. Lasst einen Like da. Oder würde ich sagen... Ah, lasst einen Like da. Übrigens, wenn euch Eddie gefällt. Oder würde ich sagen... Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.